Jetzt wird uns ein Keller gezeigt, hier auf Spartak. Wir lassen uns überraschen. Auch hier schlafen Menschen, weil nur hier ist man vor dem täglichen Beschuss der ukrainischen Faschisten geschützt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist schlimm, oder? Und das Schlimme daran ist, wenn man das auf Facebook oder auf VK hat, dann wird es geliked, dann wird geteilt. Ach, wie traurig doch das ist. Und am Ende kommt nichts dabei rum. Gar nichts kommt dabei rum. Das ist die Möglichkeit zu heizen. So, jetzt seid ihr gefragt, den Menschen helfen oder den Menschen nicht helfen? Ja.